ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zum neuen video auf unserem kanal heute haben wir ein bisschen was zu feiern ich drücke ganz einfach so aus denn wir sind momentan in dem status dass wir mit unserer geode net station jetzt schon über ein jahr online sind das heißt geode net läuft bei uns schon seit über einem jahr das ich sag mal so zu 99 prozent stabil es gab den ein oder anderen aussetzer mal ja aber da kommen wir dann noch mal gleich bei unseren erfahrungen dazu von daher im groben und ganzen kann ich sagen das letzte jahr war mit geode net für uns definitiv erfolgreich wir haben auch gutes geld damit verdient ja das muss ich auch dazu sagen das zeige ich euch natürlich auch gleich was dabei rumgekommen ist und ich würde sagen wir starten ganz einfach mal in die materie rein ja geode net wer es von euch noch nicht kennt guckt einfach mal auf die seite geode net.com wir haben zu dem thema geode net ja schon einige videos produziert weil wir halt eben auch von dem projekt überzeugt sind ja und wir sind auch der meinung dass das zukunftstechnisch auch noch eine riesengroße rolle spielen wird gerade im bereich web 3.0 und so weiter ja da wird eventuell oder könnte geode net mit dem global player werden wenn das ganze netzwerk sich dementsprechend noch ein bisschen ausbreitet ja es gibt ja einige regionen wo geode net nicht verfügbar ist da funktioniert es halt eben nicht und ja es wird auch schon noch lösung gesucht und ich denke mal dass auch geode net mit ihren partnern dann dementsprechend irgendwann soweit ist flächendecken das anbieten zu können ja beziehungsweise ich gehe von aus dass es irgendwann geht ja wer noch nichts von geode net gehört hat wir haben eine playlist bei uns beziehungsweise eine youtube playlist wir haben insgesamt schon 14 videos das ist jetzt das 15 zu geode net gemacht das bedeutet wir erklären euch in den videos das setup das heißt wir haben ja das ist eine highfix mobile cms space weather station dann zeigen wir euch die geode net auszahlung wir erklären euch noch mal ganz kurz was das ist und was es geht wir haben ja schon mal ein review gemacht nach 125 tagen einnahmen erfahrung wir haben unseren return und invest nach fünf monaten gemacht ja das heißt nach 150 tagen haben wir quasi unsere einlage bei geode net wieder drin gehabt wir erklären euch in der playlist wie ihr die token an metamask senden und umwandeln polygon matik zum beispiel dann gab es ein location nft ganz interessante geschichte ist auch heute ein großer bestandteil beziehungsweise ein kernstück im geode net net genau dann gab es ein trailer den habe ich auch noch mal veröffentlicht bei uns location nft rolling reward rate und hexagons ja die nft geschichte dann gab es ein triple band upgrade das ist auch schon ein paar monate her da kann man dann also beziehungsweise man bekommt jetzt die doppelten rewards wenn man ein triple band upgrade gemacht hat oder sich ein triple band station gekauft hat ja dann haben wir noch mal eine einrichtung gemacht wirklich schritt für schritt das video geht eine halbe stunde da erklären wir wirklich schritt für schritt wie man die geode net station installiert wie das ganze funktioniert und so weiter beziehungsweise wir updaten es regelmäßig das letzte video was wir vor monat hochgeladen haben wir halt eben was man über das location nft wissen muss ist halt eben eine relativ komplexe angelegenheit das netzwerk aber ich sage es mal so wenn das einmal läuft dann läuft es auch ja wie gesagt wenn es euch interessiert playlist packe ich euch unten rein guckt euch die videos mal dementsprechend einzeln an über diesen das vorschaubild was ihr seht das ist ein originalbild von unserer geode net station das heißt wir haben die unsere antenne ist oben installiert an einem tritt ja wo der schornsteinfeger hoch geht da haben wir das installiert das heißt ihr braucht ja dementsprechend freie sicht nach oben ja ich würde sagen wir gucken uns einfach mal jetzt direkt unseren mann an das heißt jeder der von euch jodnet nutzt weiß womit hingehen besser nicht weiß auf konsole punkt jodnet.com das ist quasi eure konsole für euren meiner beziehungsweise für eure wetterstation da wird er halt auch dementsprechend verwaltet das heißt ihr habt zum beispiel unter wallet das seht ihr was für eine wallet bei euch hinterlegt ist ihr seht hier quasi unseren client namen klar kryptos das heißen wir auch unsere das ist unsere polygon adresse das ganze basiert ja auf dem polygon netzwerk ja beziehungsweise auf der blockchain beziehungsweise zur blockchain na wie gesagt polygon braucht ihr dann dementsprechend auch also metamask mit polygon ist da unter anderem eine voraussetzung erklären videos wie gesagt wenn es euch interessiert schaut euch an genau wir sehen wir haben aktuell eine token balance von 668 jod token das ist nicht viel wir tauschen ab und zu mal ein bisschen was um halt noch ein bisschen was auf einer anderen wallet beziehungsweise haben wir ein bisschen was auf eine andere wallet geschoben bei sicherheit muss halt eben jeder selber wissen was er macht genau und zwar wir gucken jetzt hier einfach mal auf mein das heißt hier ihr seht dementsprechend unseren hotspot das ist quasi die seriennummer vom hotspot das sind quasi die koordinaten ihr seht den status der ist aktiv und ihr seht hier wir sind insgesamt also über ein jahr wenn man von 365 tagen im jahr ausgehen sind wir quasi jetzt 367 tage mit dabei das heißt der meiner ist so gut wie unterbrechungsfrei gelaufen ja könnt ihr hier noch mal schauen was wir dementsprechend für einnahmen bis jetzt hatten ihr seht hier noch mal die online zeit also quasi 367 tage wir haben insgesamt 23.994 jod token bekommen davon sind 23.970 bis jetzt ausgezahlt worden das heißt ihr bekommt einmal am tag bekommt ihr quasi eure jod net token auszahlung ja und das ist frühes glaube ich irgendwann ich habe da noch nie so richtig drauf geachtet auf jeden fall bekommt ihr das einmal am tag und ihr seht auch hier noch mal die base rewards ihr seht hier noch mal die extra rewards die man dementsprechend bekommt und wir machen halt eben am tag 96 jod token ja es gibt ja zwei unterschiedliche versionen von dem main das gibt einmal den dual band da bekommt man 48 jod token am tag und wir haben die triple band also wir haben das upgrade durchgeführt wir bekommen 96 token am tag wir können ja mal gucken was das letztendlich für euch bedeutet falls ihr euch für einen geode stationen geode net stationen entscheiden solltet mein der anschaffungspreis ist momentan nicht gerade günstig ich sag's mal so aber für das was die station kann beziehungsweise können muss was gerade im gnss beziehungsweise gps sektor standard ist ist hier hat man noch günstig viele schreiben immer unter das video ist aber teuer die station ja an und für sich ihr habt natürlich vollkommen recht aber für die technik die da verbaut ist es ist relativ günstig es gibt meist auch teurere stationen die halt eben auch auf dem markt sind ja von daher ich denke mal der preis sicherlich ist auch ein bisschen gestiegen inzwischen zeit aber was ist halt eben nicht geworden preise gucken uns auch gleich noch mal an wir gucken aber halt eben jetzt erstmal was letztendlich verdient wird beziehungsweise rufen uns das mal bei coin market cap auf das ist quasi der token geode net hatte ich ja schon gesagt momentan liegt er bei einem preis von zwei cent wenn man sich mal den chart anschauen von einem jahr sieht man da ist definitiv noch potenzial ihr seht hier es gab mal einen preis von sieben cent und ich bin guter beziehungsweise ich bin auch guter hoffnung dass der preis vom geode net token auch zukünftig steigen wird also meine prognose aber nagelt mich bitte nicht drauf fest ich bin der meinung dass man eventuell 2024 2025 auf die 10 cent losgehen was den geode net token angeht kann natürlich auch nach hinten losgehen ihr wisst wie es ist im crypto space das kann nach hinten losgehen das kann nach vorne losgehen ja von daher nehmt meine worte was die kurs prognose bitte nicht also ernst das ist meine persönliche meinung das kann natürlich auch wie gesagt mal hinten losgehen ja mit den aktuell zwei cent oder bis mehr als zwei cent am tag die halt eben herumkommen ist es relativ einfach zu rechnen das bedeutet wir haben am tag 96 geode token die wir bekommen das heißt wir machen mit unserer station zwei euro und zwei cent am tag ja das ist viele sagen jetzt zwei euro am tag ja rechnet das mal auf monat hoch das sind auch 60 euro im monat und wenn ich jetzt mal gegen rechne und was mich aktuell beziehungsweise uns auch sehr enttäuscht aktuell wir haben noch fünf helium meiner mit am laufen die wir in unserem umkreis verteilt haben und mit den fünf helium minern machen wir aktuell neun euro im monat und wenn man sieht das verhältnis jetzt mal die fünf helium haben uns das doppelte gekostet wie eine geode net station das ist so ne und wir machen halt eben hier zwei euro zwei am tag ne und bei helium machen wir mit fünf hotspots neun euro im monat also das muss man sich mal so ein bisschen zergehen lassen ich bin der meinung dass helium auch irgendwann nochmal kommt nur aktuell es ist auch keine gute zeit einzusteigen der return on invest ist halt eben so gut wie unmöglich sage ich jetzt mal so wir gehen nochmal zurück in unser portfolio rein wir gucken jetzt einfach mal hier 23.970 sind ausgezahlt worden 23.970 das heißt wir reden jetzt hier von dem wert von 504 euro innerhalb von ein jahr ja das ist quasi nicht schlecht wir haben sehr viel token hier in dem bereich mit 4 cent verkauft das habe ich euch also beziehungsweise das findet auch noch mal hier in unserer liste ich muss mal ganz kurz gucken wann das war genau hier 100 prozent reisen erreicht das war noch 150 tagen sprich nach fünf monaten hatten wir bei dem kurs die kosten für die station wieder drin und das war ein relativ schneller return on invest und fanden recht klasse und wie gesagt alles was aktuell reinkommt das heißt jeden cent also die zwei euro die jeden tag rum kommen das ist alles profit unsere station ist bezahlt ja und wir können halt da dementsprechend profitieren wie gesagt 96 am tag sind zwei euro sind am ende des monats wenn wir 30 tage haben 60 euro ja im gegenzug zu anderen crypto projekten die auch quasi mit hotspots betrieben werden ist das meiner meinung nach eigentlich richtig gut ja gut das dazu wie gesagt falls euch interessiert ich pack euch die playlist mal unten rein ja es gibt noch die eine oder andere geschichte weil ich ja auch so ein bisschen aus den erfahrungen heraus mal so ein bisschen erzählen möchte beziehungsweise ich möchte auch mal gern auf geschichten eingehen die halt eben nicht so gut gelaufen sind man kann ja immer viel positives erzählen aber ich denke dass auch mal was nicht so gut gelaufen ist auch mal gehört einfach mit dazu meiner meinung nach was halt eben so ein bisschen schwierig ist was viele leute abschreckt sind zum beispiel die preise na also bei eugeo zum beispiel das ist der offizielle lieferant beziehungsweise der offizielle händler für uns hier in europa guckt ihr seht ihr hier das ist triebband das ist quasi das modell mit dem triebband machte 96 token am tag mit dem dual band nur 48 also 48 ton könnt ihr euch ausrechnen der macht quasi 1 euro am tag und der macht 2 euro am tag um es mal so auszudrücken wenn ihr könnt auch den kaufen dann diese upgrade karte dazu das ist quasi das triple band upgrade dann macht er auch 96 wir gucken einfach mal hier ihr seht hier schon dass quasi die nennen die triple band space weather station 889 euro kostet oder 898 so rum ja da kommt eventuell noch ein bisschen versandgebühren dazu das heißt es ist also der spaß ist wirklich nicht billig also ihr könnt das auch eventuell ein bisschen günstiger kriegen wenn ihr zum beispiel auf hyfix geht diese klassische also die station kommt davon hyfix hyfix.ai da kostet die ganze geschichte 695 us dollar da kommt auch noch mal ein bisschen versand dazu aber hier habt ihr natürlich den nachteil dass diese station aus dem ausland kommt das bedeutet ihr müsst auch die 695 us dollar auch noch mal die einfuhr umsatzsteuer bezahlen ja also die meisten sachen soll dazu effektiv ist es aber eine einfuhr umsatzsteuer die ihr draufzahlt das heißt ihr müsst noch mal ungefähr damit rechnen 20 prozent von den 695 euro dollar noch mal draufzulegen und da könnt ihr theoretisch gesehen auch das ganze bei eugeo bestellen ja weil ihr werdet ungefähr auf den preis kommen zwischen 8 und 900 euro es ist halt ebenso wir hatten als early bird zugeschlagen gehabt das bedeutet wir haben ja quasi uns die dual band station gekauft das ist die hier seht ihr kostet nur 395 dollar die wetterstation macht aber wie gesagt nur 48 token am tag und die hatten wir uns damals bestellt also vor mehr als ein jahr und die war auch relativ schnell da hat glaube ich 14 tage gedauert oder so waren die auf jeden fall da die station und dann ging das auch schon los und wie gesagt dann war der geodnet coin auf ungefähr 4 5 cent da haben wir natürlich verkauft und haben halt in diesem sammhang unsere komplette station bezahlt wir haben dann später noch das dual band beziehungsweise triple band upgrade gemacht also mit der karte und das hat auch problemlos funktioniert da hat man auch glück dass man das auch nur zum early bird preis gekriegt haben also das hat alles funktioniert ja wie gesagt preistechnisch ist es natürlich teurer wenn wir jetzt andere netzwerke damit vergleicht aber es lohnt sich meines achtes nach wie gesagt unsere station ist bezahlt und alles andere ist letztendlich profit ja auch noch so nachteil ich muss es wirklich mal ganz klar ansprechen diese station die ist wirklich nur so klein hat ungefähr die größe von einer zigarettenschachtel ja circa sage ich jetzt mal ihr seht hier das ist der usbc anschluss ihr habt ihr noch die ganzen power leds und so weiter man kann aktuell die geschichte nur mit wlan betreiben das heißt ihr müsst eure station mit wlan bundeln das ist relativ könnte sich als relativ schwierig erweisen wir haben schon relativ viele rückmeldungen bekommen auch aus unserem engeren kreis der repeater steht direkt daneben ständig fällt mir die station aus etc pp es wäre natürlich echt gut gewesen wenn die wenn man jetzt auch einen lan anschluss direkt an dieser kleinen box dran hätte ja also da haben wir schon viel rückmeldungen zu gericht ist halt eben nicht das heißt wenn ihr die installation durchführt guckt mal dass ihr euch ein ordentliches wlan also ein wifi netzwerk zuhause aufbaut ansonsten kann es natürlich zu verbindungsabbrüchen etc pp kommen aber das ist halt eben ich sag es mal so naja luxusproblem möchte ich jetzt nicht sagen aber wir haben das auch festgestellt dass halt eben da eine gute wlan verbindung sein muss damit das ganze auch effektiv funktioniert ja weil ihr müsst das auf dem dachboden installieren bzw irgendwo auf dem dach das heißt da ist zwar ein 9 meter kabel mit dabei aber diese diese kleine box wird wahrscheinlich je nachdem wo es installiert auf dem dachboden sein ihr müsst wirklich für eine gute wlan ausleuchtung sorgen damit das funktioniert ja ansonsten wir sind wie gesagt absolut begeistert von geodnet das ist das einzige projekt in anführungsstrichen was sich so schnell oder es ist das einzige projekt was ich so schnell bezahlt gemacht hat und wir werden auf jeden fall bei geodnet bleiben das heißt um nochmal in die richtung zukunft zu gehen wir sind am überlegen eventuell das ganze noch ein bisschen auszubauen das heißt nochmal die ein oder andere geodnet station dazu zu kaufen man kann ja quasi mit diesen voucher also man tauscht 6000 token gegen 300 euro gutschein das ist ein wirklich gutes geschäft aktuell nur by the way wir überlegen gerade wie man das halt eben machen können weil eine wichtige voraussetzung ist halt eben dass das ding aufs dach oben kommt eine terrasse geht auch noch wo nichts oben drüber ist ja wäre aber freunde bekannte nur in mehrfamilienhäusern oder irgendwo wo man keine möglichkeit hat das ganze auf dem dach zu installieren wird schwierig und da wird es auch nicht funktionieren deswegen wollen wir gucken ob man bei dem ein oder anderen verwandten oder bekannten noch so eine station installieren können weil ich beziehungsweise wir denken zukunftstechnisch dass da noch einiges passieren wird ja da haben wir jetzt natürlich genug erzählt wie gesagt falls euch das thema geodnet installiert soll schon interessiert ich pack euch unsere playlist mal in die video beschreibung mit unten rein da erklären wir euch das natürlich in allen videos wieso weshalb warum was machen können was verdient habe ich euch gerade eben nochmal gezeigt ja wie das ganze effektiv funktioniert und ich würde sagen das soll es erstmal gewesen sein 18 minuten das video ist über lange so lange sollte es gar nicht werden ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche euch auf jeden fall noch ja fast gutes wochenende heute ist donnerstag morgen geht es ins wochenende ansonsten das soll es gewesen sein ich bedanke mich bei euch bis später dann ciao